die Herzlich Willkommen zu Hallo! So kann man natürlich gut anfangen. Ja, perfekter Anfang, ich schwör. Subscribe my YouTube Channel! Nein, ich wollte doch in die Mitte gehen, Alter. Geht bitte auf meine Seite! Ich brauche mehr Subscribers! Ich bin abosüchtig. Das wissen wir. Damit hätten wir das Niveau der Aufnahme schon mal von Anfang an festgelegt, das ist auch nicht schlecht. Ich habe die Runen falsch eingestellt, ich Depp. Reicht nicht. Ja, voll viele. Ich habe jetzt vier Fähigkeitsstärke, die Trinder mehr so gar nicht gebrauchen kann. Ich habe eine Fähigkeitsstärke. Ich schon vier standardmäßig. Dann dauernmäßig. Gut so, dann ist er schon nicht bei mir auf der Fucking Lane. Schön, das heißt, wir... Nein! Entweder wir haben Wayne und wie noch... Äh, nein, Wayne ist ja unser Team. Niederli, Olaf oder... Olaf kann ruhig nicht. Nein, ich brauche... Nein, Niederli ist auch scheiße. Haben wir noch irgendwie eine Nahkampf-Carry, der bei mir auf die Lane kommen kann? Äh, Olaf. Olaf ist auch nicht. Nein, ich brauche nichts mehr. Oli, ist leck bei mir! Holy, 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 scheiße! Bin ich tot? Ja? Noch lebst du bei mir. Und ich habe 60 Frames so eine Ping von 25, also fast auch 60. So, ich hatte gerade ein Frame. Hey, Olaf ist auf mein Lane. Hallo, Olaf. Hi! Das ist Olaf. Das ist auch Olaf. Er heißt Olaf. Und lassen Sie mich raten, Sie sind... Richtig. Günther. Ich finde den einfach geil. So, Olaf, jetzt lieber aufs Maul. Ich mach den Olaf voll viel Schaden. Ich mach den Olaf voll viel Schaden. Heimalinga regt mich auf. Olaf regt mich auf. Der meinte immer, er sei voll der Gangstar aber kann gar nix. Ich mach dem so krank viel Schaden. Ich mach dem so krank viel Schaden. Der hat viel bessere Sachen. Ja, am Anfang hat eh noch fast keine guten Sachen. Also mal abgesehen mal davon. Meine Nase kitzelt gerade so günstig. Ich bin Olaf. Ich muss meine Axt werfen. Und bin fast tot. Oh, erstmal hoch halt. Ich kann es ruhig noch viermal sagen. Das Ding ist awesome. Nein, Olaf teleportiert sich zurück, der kleine. Der hat keine Eier in der Hose. Heimalinga, leck mich. Mit deinem Scheiß-Geschütz. Sag mal, sich die Allerung gewinnt bis auf diese Lane hier. Die Lane ist ja voll verkacken. Das ist ja auch deine Lane. Die muss am verkacken sein, ja? Stimmt. Sonst würdest du dir selber nicht treu sein. So. Böde meine Freunde. Ola schüttelt. Oh, mein Typ ist so lobig. Scheiß Varus, ey. Varus, was kann der, Alter? So ein hässliches Pfeilschießen, der plötzlich aus dem Baum rauskommt. So kann ich den Pfeilschießen. Ey, der Olaf, der hat sofort Schiss vor mir. Boah, ich kann mich auch voll langsamen Ola. Das kann ich auch. Oh, gut, dass ich vier Kämpfe habe, ey. Sag. Ey, der voll langsam mich die ganze Zeit, die kleine Muschie. Ich komm auf in der Lane, du heilige Scheiße, muss ich auch noch gar nicht. Lol. Lol, fuck, alter. Da muss ich jetzt schon mal festgestellt werden, wenn man dann der schlechteste ist. Schaden, ja? Aua. Varus, du bist hier der Fernkämpfer. Du musst hier die Fernkämpfer abhalten von mir, okay? Und den Schaden machen und nicht sterben. Da bin ich wieder. Uah! Oh, das waren Kills dir, ey. Ja, umso besser. Hauptsache, unser Team macht mal Kills. Sonst sind die anderen so gefiedert und wir, ja, wir können gar nicht. Ja, das hast du ja schon festgelegt, du. Ja, ich weiß. Mit wer ist noch gestorben eigentlich bis jetzt? Du und der eine da. Der war Russ. Ja, mein Kumpel stirbt schon gleich mal. Das ist doch nicht. Ahaha, sterbe. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen farmen, ich hab noch gar nicht. Ich hab 400 Gold, das kann nicht angehen. Ich hab 500. Ich brauch 500. Ich kann mir jetzt nicht ganz schön das Berserkers kaufen. Die ich nicht brauche. Ich größere ich. Ich geh auf Attack Speed. Ja, das ist mir fast klar. Dass du nicht auf Fähigkeitsteilke gehst oder kritischer Schaden, war mir fast klar. Ja, ich weiß auch schon, was ich mir kaufen würde. Ich kaufe mir einmal bei den Berserkers eifer, aber die eifer Grey ist am Schluss ab. Ich würde mir auf jeden Fall einmal Rabardons kaufen. Und ich muss mir auf jeden Fall meine Munde kaufen. Sonst ist es weil meine Munde geht so schnell aus. Ey, wie ich dem Olaf einfach nur Schaden mache. Das geht gar nicht klar. Und ich bin Olaf und ich hau immer ab, weil ich Angst habe. Der Olaf hat schon bei den Schienen des Berserkers. 100%ig, ey, der ist so, der, der, die hatte gekriegt, weil er mich gekillt hat. Der farmt gar nicht, weil der immer Angst vor mir hat. Ich laufe immer zu meinen Minions und dann hat der immer total Schiss vor mir. Kann ich nur Bremser sein? Ja, heißt Minions, wieso triffst du mich? Der verlangsamt mich immer, ey, dich kriegt da kotzen. Ich auch. Doch, schön. Sterbt. Uah, das Geschützt knappt mich ab. Von Heimerdinger. Das nennen sich auch Turm, ja. Nein, das Geschütz, das ist ein Geschütz von Mechdinger. Nee, ach so. Ja, ich bin nicht so dumm, ich bin nicht so Noob-wissend in League of Legends, okay? Das weiß ich nicht. Wo schlecht bin ich nicht. Woher soll ich das wissen? Ähm, weil ich schon Stufe 14 bin? Alter, Meditation sieht auch so aus, so was, ne? Meditation. Oh, scheiße. Du scheiße. Voll auf die Muschi. Was soll da sein getroffen? Shit. In 60 Sekunden kann ich mich wieder heilen. Hey, ich kann mich in 64 Sekunden heilen. Oh, verdammt. Scheiße, Heimerdinger. Alter, Vater. Au, ich krieg ihm auf die Fresse. Ey, ich glaub, wir sollten mal weniger fluchen, das Niveau ist echt schon weit unten. Scheiße. Ich sterbe. Gott, zum Glück übersteuert du überhaupt nicht, ne? Zum Glück. Nein, du kleiner Wichser. Phantom Dance. Ja, wie war das mit, ähm, nicht so viele Flugwörter benutzen? Ja, das muss dir jetzt sein. Ey, der hat gar nichts, ja, der hat überhaupt nichts. Der hat nicht nichts, sondern der hat doch weniger wenigstens. Oh, er hat verschossen. Gar nichts. Irgendwie kriegt das doch hin, mich auf ihn die Knie zu zwingen, ja? Machst du. Oh, wieso machen die Minions ziemlich mal Schaden, dass wenigstens nicht wegkommt. Was hat der Tründer mehr, hat das Wort? Oh, das ist auch irgendwie nur, ich hab's das Gefühl. Der Tründer mehr, der kann ja gar nichts, der hat einmal Dorans Klinge, oh mein Gott, den Rage, ich bin's, dein Moor. Hoffe ich doch mal, dass ich den Rage, oder? Ja, 104, ich rabe den auf jeden. Ich hab meine Ulti schon frei. Ich auch. Oh, ne, ein Wuch. Einwander. Das war jetzt, was war jetzt dumm von mir. Was du nicht sagst. Olaf, wenn er jetzt herkommt, kriegt er auf jeden Fall auf die Fresse. Das ist so gegen Olaf. Das ist so gegen Olaf. Er heißt Olaf. Er ist eigentlich schon Grund genug zu hassen. Siktor kann ich diesen Zaub und momentan nicht anwenden. Ja, ich hab auch die falsche Tastik gedrückt, okay. Dann schlussend, 200. Na, gucken, wie's bei euch so weiter aussieht. Das ist total schrecklich. Wow, das ist total schrecklich. Baut, 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 das ist total schrecklich. dass die Fresse auch. Oh should ich auch. Baut, das scheiße ist. Der Maulaut. Ich weiß nicht, was der macht, aber es auch immer er tut. Er macht es nicht schlecht. Du kannst es wahrscheinlich besser. Ja, ich kann mit Die Dimitri hier sich jeder Halter. Der fick mich so auseinander. Jordan Ba Шоссein Think iPad Gold Cela der auf der Leyen nicht so sehr das nicht da meiner schon ihr seid alles unfähige Morgos ein Baus ist noch nicht mal Level 6 ich bin ich Olaf und ich muss den jetzt holen aber was ich mich freue ist dass ich noch gar nicht gestorben bin so hallo ist eigentlich auch ein Wunder ich muss sagen dass ich League of Legends eigentlich mehr Nubi bin als sonst was aber jetzt muss der mir Schaden machen das war so sag mal was macht euch der Heimerdinger da unten keine Ahnung ich hab mich gerade fast gekillt aber es ist nicht geschafft der war es so reingelaufen Scheiß Scheiß ja ein Schienen der Spaufschaukopf Scheiß jetzt kommt ein Gesicht es ist immer mehr ich sterbe hallo ich bin tot ey die oh oh dort gibt es nicht 3 zu 6 wir verlieren wegen Varus nicht zwangsweise nicht zwangsweise ich habe besseres also ich habe doch nicht die besseren Stats kein Wunder macht der mir so Schaden der hat ein der macht 1,2 Angriffe pro Sekunde ich mache mehr Schaden aber der macht 1,4 Angriffe für nichts verschwenden es ist es ist es ist es ist es ist es schießt es ist ein macht die Tore und schau dir auch zu Luka und ich sehe dass du irgendwie grad verlaut lust das wer lustig ab ja toll wie soll ich das deinem einen nachmachen ja keine Ahnung irgendwie halt voll Alter das kann jeder sagen so was du nicht sagst ich ging bis bald es ist schon ein bisschen schwerer jetzt los ja woher kriegst so viel Schaden das war voll der Killstealer du kleine Pussy alter das war meiner ja nein ich muss ich muss nur an den Geld klauen ich stehe gerade zack jetzt gehe ich bisschen Farmen jetzt habe ich die Schnauze das war knapp ey das meint dich dann dich dann dich dann dich nein nein zum Glück haben wir den Olaf noch genug Bild hat ich mache ich das so das Gefühl dass sie die Fieber vor Ort schicken Nidalee ist gefiedert verdammte Scheiße das ist ja neu ja keine Verlöse ist sie genau so ist es und es ist war es ist der der hier viel Geld ich komme ein bisschen zu dir auf den Ort ja nein aber die schwierig bin Olaf ich will den kaputt machen ich glaube die Mitte sieht nicht gut aus war es war ruhig da und viel die 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 würden ja schon in dem ich würden ja schon die Mitte schicken aber dann Hacking Olaf ich weiß nicht schafft er nicht das ist ein zu nur zu agonow ich meine es gibt ja Noobs und es gibt Noobs aber und dann gibt es es gibt Noobs und es gibt Noobs es gibt schlechte Noobs und dann gibt es ihn auch Warte warte hat er gekauft jetzt ich hatte gerade einen Frame einbruch und dann kannst du niemanden töten schon wieder ja wenn ich in der Ecke stehe habe ich so einen Frame einbruch finde ich aber nicht gut wenn ich in der Ecke stehe habe ich einen Frame einbruch ja hier wo ich jetzt bin oben links wo das Wasser aufhört da habe ich immer einen Frame einbruch ist da gerade hin schon wieder also ich finde das Makeover von Master Yi ja geil muss ich sagen jetzt muss man kurz jetzt geht es Nidalee ich bin schon da Mama Nidalee kann gar nichts ja Nidalee ich bin Heimerdinger ich warte jetzt gleich gekillt werden oder auch nicht aber ey das ist immer noch trifft dieser scheiß Fall von Bairwaru ich nutze mir mal meine Ulti zum Vorteil ja ein Glück habe ich meine Ulti ja kann ich wenigstens jemand töten und kriegt noch Geld für dann kann ich jetzt ähnlich was meine meine hat nicht funktioniert so so ich bin wir kaufen uns auch nicht bei den Schienen des Basakurs oder wir kaufen uns doch bei den Schienen des Basakurs ich weiß es noch nicht ja oder gehen wir zuerst auf Schaden wir gehen zuerst auf Schaden ein Kill kriegt endlich unser Tower auf der Top Wing ist fast Tauen wen juckt's äh stimmt auch wieder auf der Nidalee fehlt ja auch schon Tower ja 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 hoffentlich nicht mehr die Pedo Sprüche ey nein noch Pedo Sprüche sein Tanz war viel lustiger Schalt bei mir boah ich glaube er braucht echt Hilfe auf der Boardlane Toplane wie auch immer was da doch immer für eine Lane ist unten ist die Pedo sag ich doch Alter ich weiß Schatz im Gebüsch nachgucken nach Gischnack hey die das sieht ja richtig gut aus die Meditation ich weiß wie die Dallion treff nicht mal mit meinem Pfeil ah Trinder mehr Trinder mehr Trinder mehr Trinder mehr Trinder mehr Trinder mehr vor sich um mich zu sehen ich liebe seine Ulti Schöpfe was machst du also du kannst ihm nicht gekillt werden boah theoretisch fünfe ich es nicht ja aber ey der hatte nur noch keine Ahnung so ein paar kleine Leben da dachte ich kommen hinterher und nein oh Gott Owen Wayne Ach weil er uns gegenseitig gekillt die Brüder die Fiete den Olaf das ist nicht normal die stehen in der Mitte schon direkt vor unserem Tau jetzt da muss ich mal nachhelfen gehen es gibt es nicht die Städte 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 Marke die liegt auch in der Mitte ich werde voll ich hoffe dich du lässt mir ein bisschen Form übrig weil ich kann ihn gebrauchen ich habe erst 33 davon nicht so viel ich habe 68 ja dann lass mir mal ein bisschen Form übrig geht gar nicht klar ich brauche mehr sonst ist drinnen mehr so unstark was ist unstark für ein Wort überhaupt nicht stark so Waren ist unkompetent Waren ist unkompetent Waren ist nicht Waren Olaf jetzt kann ich ja wieder runter gehen ey der Olaf verfolgt mich ey was machst du denn da ey verfolg ihn der Olaf verfolgt mich und weiß nicht wo ich bin hihihi ach fuck jetzt hat er mich gefunden ich würde ihn schon gern killen habe ich befürchtet hat hat nichts wird mehr der ist stärker wie ich ich komme zur Unterstützung jetzt könnte man darüber nachdenken was einfach fast kein Leben mehr ich weiß deswegen ich wollte nur schnell mal in die Mitte um ja ich habe ich kann meditieren ach so ja so gut jetzt hab ich wieder als kann ich ihn verlangt werden okay macht es ist jetzt schön ich mache schon zuerst ein bisschen so schaden ne stehe auf mich das ist das Geld fragt da waren fünf Sekunden Schicksal Schicksal wenn ich wohl ein Vergehen erhältlich er hätte das habe er hat er wird mehr er hätte das habe er gehabt hätte und da naja ja auch dringend mehr Angriffstempo für mich auch noch nicht mal einfach gekauft hat Bordstitz so unfähig ja das ist wem sagst du das für den die Fakt der mit drei eins zu drei aber vielleicht wird es irgendwann mal besser ich könnte eigentlich dann könnte ich allerdings mal hier gucken gehen schaden die rege es ist gleich das recht so scheiß die Schaden und wenn sie tun die Intimfalt machen drei gegen die wenn Baruch gar nichts macht aber nur Oh, ich bin Varus, ich stehe in der Ecke und tue gar nichts und jetzt sterbe ich auch noch. Oh, Varus, ich bin jetzt so ärgst, ich werde nachher reporten. Wegen was? Wegen Dummheit. Okay, 05, 1, wow, meine 05. Warum wohl? Weil Varus gar nichts kann. Das ist ein Argument. Ich würde halt schon auf Heimerdinger gehen, aber ich habe mich ein bisschen wenig lehnt. All drauf geschissen, was Heimerdinger nicht hinkriegt. Hey, ich habe auch keine Ulti frei. Das ist ziemlich unklug, da hinzugehen. Nee, Matthias, auf der Top-Lane. Was will ich auf der Top-Lane? Ich bin jetzt gleich da. Von mir aus kann ich einen von denen versuchen zu töten. Ja, ich habe meine Ulti, aber ich will die noch nicht jetzt einsetzen eigentlich. Schaffst du die zwei da unten? Da sind die wir ja auch gelogen, die du siehst? So, jetzt sind wir zu töten. Jetzt brauchen wir das ja wohl in den Griff kriegen. Hat Varus gerade geheilt. Nee, nicht. Ich habe geheilt. Habe ich eigentlich gar nicht, ne? So, my kill! Ja, nein! Varus, ich mache nicht to killstealen. Ich warte auf die Nidali. Ich warte auf die Nidali. Irgendwann muss die... Meine Vasallen, meine! Nidali! Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Alter. Wo ist die? Wo ist Varus? Tod. Nein, weiß ich nicht. Er kauft sich was. Da ist Nidali drin gleich, oder? Ach, und der hat da eine Falle gelegt. Na los, wenn es kommt. Alter. Merkt nicht. Oh, wenn. Gut gemacht. Zum Glück habe ich noch Lebensregeneration-Dings da. Zum Glück habe ich... Zum Glück habe ich was anderes. Du kannst nicht zufällig heilen. Nein, noch nicht. Erst in 168 Sekunden. Na gut, das... Vom Game 1 Gebüsch. Ich gehe jetzt meine Mitte. Bisschen farmen. Das ist so gar nicht mein Game gerade. So gar nicht. Ich bin relativ positiv. 2 zu 1. Waaah. Relativ positiv. 2 zu 1, ne? Klingt ja mal logisch. Relativ positiv. Ja, Wayne hat 111. Da bin ich relativ negativ. Boah, Varus, was machst du? 1 zu 3. 5 zu 6. Der schlechteste für uns ist ein Deutsch unser Masai. Ja, wenn Varus gar nichts kann. Der steht in der Ecke und tut gar nichts, wer nicht getötet werde. Und dann ist es noch schadend, wird getötet, weil er sich wundert, warum er dann getötet wird. Naja, denk mal scharf nach. Du bist ja so wie ich... Das einzige, warum ich jetzt schaffe, wo ich zu bleiben ist, weil ich nicht viel sagen muss. Und gar nicht ganz viel getötet werde. Aaaaaah! Ich glaube, ich kriege gleich einen Aggressionsanfall. Ich kriege einen Aggressionsanfall. Ich gehe jetzt auf die Botlane. Und Varus wird getötet in 3, 2, 1, jetzt. Ich habe ja schon viele schlechte Spiele gesehen, ja? Ich habe auch schon viele richtig schlechte Spiele gesehen. Aber Varus ist immer noch eine Ausnahme. Ah, da gebe ich dir recht. Du hast es für mich gesagt, es reicht schon eigentlich. Heimerdinger bleibt da, ja? Sag, sag, sag meiner. Okay, Heimerdinger. So, ich habe ja schon wieder tausend. Da ist ein totes Scheimerdinger. Sein größter Fehler war es, weiter hinter Nidali zu laufen. Ich glaube, das ist mir bewusst. Nidali chillt bestimmt schon wieder in ihren Büschen. Die mag es im Busch wahrscheinlich. Ja, Buschkind. So wie Timo. Buschkind. Was, statt, ähm, na, egal. Einfach so ein scheiß Buschkind-Röschen. Noch 80 Sekunden, dann kann ich heilen, ey. Dann kann ich heilen. 20 Sekunden, dann kann ich heilen. Komm, auf den, äh, auf den Ding. Auf den Tower, Mama. Auf den Tower. Das war so ein Jahr, das Lappen. Back, 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 back. Wenn Varus jetzt stirbt, ähm, ich wette mit dir, Varus wird sterben. Ziemlich schnell. Varus, was kauft er sich? Varus ist AD und der spielt ihn auf AP. Ist klar. Ja, einmal Varus auf AP geht immer. Heimerdinger hat keinen Bock auf mich. Bleib hier in Gebüsch. Ich glaube, die suchen uns jetzt und dann wird geraped. Heimerdinger ist ein Gebüsch. Ja, Varus, du ruhig auch noch. Ach, der hat uns gehalten, aber immerhin etwas kann der. Ich habe uns gehalten. Au! Jetzt gehe ich raus. Oh Gott, der hat dich. Ah, nein. Trindermeer, ich mag dich nicht. Ich mag mich nicht, ja. Ich mag eigentlich so meinen Trindermeer. Ach so. Was ist der Level? Zehn. Vierzehn. Ich bin vierzehn. Soll ich da mal runterkommen und dem paar Manieren beibringen? Ich gehe mal zu Olaf. Versucht. Wer da noch? Ich würde dir ja helfen, aber das geht ganz schlecht. Da kommt noch Leben. Ich muss erst mal einkaufen gehen. Ich mache jetzt 227 Schaden pro Hit. Das ist noch nicht sehr viel, aber okay. Schon wieder kein Kill für Philipp. Scheiße. Das ist halt. Oh, fuck. Okay, ich muss mal wieder wegkommen. Ja, ja, ich versuch's. Ich frag mal, was CP heißt. Well, okay. So was wie Good Game. Bro, bitte war das gut gespielt, ja. Also, das war Noobskin vom Feinsten, ja. So Prime hat mir einen Kick. Gegen eine Aufgabe, ja. Wir geben uns hier nicht kampflos. Echt mal. So, weil ihr alle nix könnt. Das läuft so gut. Guck mal, wer hat ja mehr Kills als die. Und Olaf wurde auch gekillt. Ja, und weniger Taurer. Taurer? Was denn Taurer? Taurer habe ich gesagt, falls du Deutsch kannst. Was Deutsch ist? Was ist Deutsch? Das war ich glücklich, aber... Kann man noch essen? Ich würde sagen, wir gehen mal nach unten und reden die da ein bisschen. Geben gehen. Aber manche schon keine Angst. Nicht Dali Mama. Ich nie Dali. Wo ich die Idee. Sie ist es. Sonst gibt es Massive und es ist ein Neu. Weißt du, wie geil die Meditation aussieht? Wo es mir jetzt nicht sein. Nein, 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 erst mal nicht. Ich weiß nicht, ich selber. So, schon wieder. Der wäre auch tot. Hey, wir führen ja von den Kills her. Ja, hast du gesagt vorhin. Kranker Scheiß, aber jetzt gehen wir mal in die Mitte, da... Werden wir gerade ein bisschen geraped von denen. Ja, wegen Wayne, die hat 17 Kills. Ey, die machen uns fertig. Das gibt es nicht. Wir pushen nach die Top-Länge 2. Weg mit dir. Was? Lass mich doch weg, Alter. Lass mich dem doch einen Kill in die Fresse hauen. Weißt du, wie viel Geld ich habe? Ich kann mir noch mal... Nein, ich kann mir noch nicht Phantom Dancer kaufen. Ulti, Ulti, Ulti wäre jetzt ganz wichtig. Ich bin tot, wenn mir jetzt nicht gleich einer hilft. Das läuft schon, ja, die laufen ja noch hinterher. Ja, das ist es ja. Einmal Dinger. Das ist es ja. Olaf läuft mir hinterher wie so eine Klette. Und da kommt Niederli mit ihrem Speer. Und... Nein. Nein, ihr braucht mir nicht helfen. Nein, ihr braucht mir nicht helfen, ne? Au! Was war das denn? Das war die Schockbombe von ihm. Hat sie mich getroffen? Warte, hinten, warte, hinten, warte, hinten. Warte, warte, irgendwo, warte, im Gebüsch da. So, noch Scheiße. Nicht wenn es für den Ohr mehr kommt. Scheiße, ich glaube, der hat ja no Ulti. Nur fünf Sekunden. Der macht nicht wie Schaden. Ja, nice! Scheiße, er hat unbändige Wut. Ich neck mir jetzt von keinem Dinger. Scheiße! Oh, Varus! Diese kleinen Viecher haben mich getötet. Diese kleinen roten Dingensbums da. Minions. Diese Bolzen da. Nein, die von Varus, die Geschütztürme. Achso. Wie der Varus gar nix kann, ja? Gar nix. Wobei hierbei noch gar nix untertrieben ist, ja? Ey, in der Mitte haben sie übrigens schon einen Super-Bassal. So. Sollen sie machen. Wir haben Olaf nochmal gekillt. Aber irgendwie nur dank Wayne die ganze Zeit. Wayne ist irgendwie gerade die allerbeste in der Kapitel. Ich bin immer auch positiv. 3 zu 2. Ja, du warst 18, 1, 2. Ich bin noch immer negativ. Guck mal, Brain ist hier der Beste. Wer ich weiß, hab ich schon gesagt. Boah, Alter. Mich hätte fast so ein Super-Bassal gekillt. 4, 4. Ich bin wenigstens nicht mehr negativ. Und jetzt mischen wir den kleinen Pisan hier mal auf. So, was labasch du? Und da kommt jetzt Heimerdinger raus. Und da brauchst du Hilfe. Ich bin Heimerdinger, Mama. Ich muss mich heilen gehen. So, okay. Heimerdinger, lass mich in Ruhe. Ey, was machst du? Geh doch hin und kämpf. Kämpf. Nicht gegen zwei Jams. Ja, mein Gott. Was kann passieren, außer dass du stirbst? Nur das. Ja, stell dich halt an. Jetzt kommt wieder Onkel drinnen am Meer. Und rapet euch. Nichts, denn das macht die da. Ich krieg kein Geld, weil die mir alle Kills klaut, ey. Da kommt drinnen am Meer. Ich bin drinnen am Meer. Ich muss den Tower kaputt machen. Ja, wird vielleicht mal jemand helfen? Oder wie ist es? Ich stimm gerade, Bot. Ah, toll. Du hast Nein gewählt. Ja, so ist es. Du hast Nein gewählt. Schreibt euch unter die Ohren. Nein heißt Nein. Der wird vermutlich seine Ulti einsetzen, ja. Ne, der hat nicht mal... Der hat nicht mal seine Ulti eingesetzt, wie du bist denn der? Ich habe übrigens einen Tower zur Stadt, falls es irgendwer nicht aussieht. Hammergeil. Ich habe nur keine Leben mehr, deswegen muss ich jetzt hier mal schnell... rennen. Wir sind ein Vorteil von uns alle. Ja, ja. So. Ey, komm, wir feeden... Wir sind so gefeedet eigentlich mit 30,21. Ich glaube... Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich gebe auch Schaden. Ähm... Das sind 1300 Hertz. Schönen. So, Klinge der Unendlichkeit, FTW. Anschließt. Ja, das lassen wir erstmal noch so. Ich muss jetzt dringend farmen. Ich bin der erste, der auf Lever... Nein, der zweite, der auf Lever 18 ist. Ey, die Folge geht schon 31 Minuten, nur so als Tipp. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Ich glaube, das schlaue ich. Wenn ich tagsüber... Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Wenn ich tagsüber, dann über Nacht. Über Nacht mache ich nicht. Weißt du, was der hier wurde verbessert. Doppelschlag ist nämlich gut. Alle... Alle vier Sekunden... Ähm... Bei jedem vierten aufeinander... Angriff. Äh... Vor allem war es bei jedem siebten, oder? Äh... Doppelschlag. Doppelschlag. Unbändige Wut, Helmut. Ding, Alter. Der geht mir auf die Eier. Komm, jetzt gibt Gas. Ja, ich bin unterwegs. Äh, Young ist in der Mitte, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber... Äh... Weil jetzt kommst du auf die, die zurückzupupieren, oder was, ey? Äh, würde dir bitte meine, die Mitte kommen, die machen... Ich bin in der... Ja, dann mach da mal ein bisschen was gegen. Boah, ich krieg auf die Fresse! Ja, das sehe ich. Und wir sind grob. Mh... Das wollte ich, dass sie auch neu ist, dass sie auch neu ist, wo ich nicht da hinkomme, oder was, ey? Oh, Aron. Reporten, wir war uns, aber das, was wir sagen, ja, ein Reporter war aus, das, was mit dem Gehaut.